Alter, die Monster gehen mir hier so gerade auf den Sack. Felix, komm bitte schnell wieder. Ja, ist ein bisschen auf dem Weg. Ich muss hier gerade kämpfen. Alter, ich bin durchlöchert mit Pfeilen. Sieht gerade voll geil aus, meine Minecraft-Figure. Du musst eine Minecraft kaufen. Ja. 20 Euro. Keine Ahnung. Dies kommt auf deinen Internetleitung an. Kostet es überhaupt 20 Euro im Store? Nee, da kostet es doch 1890. Vielen Dank, Minekraft, für dieses Produkt-Placement. Nein! Nein! Ach, nö. Der Feuerfaust-Fox ist gest... Felix ist es aber irgendwie Standort, dass du mal stirbst auf meiner Map, hä? Hm. Schlaf, schlafen, lass schlafen, bitte. Das ist ja nicht, dass du wieder da bist. Kiri, ich brauche ne Karte. Ich kann keine Livestreams machen, weil mein Internet so schlecht ist. Kiri, ich brauche ne Karte. Hast du jetzt meine Karte benutzt? Nein, ich hab meine eigene. Ich hab noch ne leere Karte, hab ich hier drin, von mir. Ja. Weil, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte nen Dorf gefunden. Ich benutze deine Karte. Du hattest nen Dorf, ja. Hm. Ich höre mich gerade selber überreue. Das ist komisch. Ja, ja. Das ist sehr komisch. Ein Let's Play im Let's Play. Wow. Such impressive match, wow. Boah, ich hab dich ganz schön sexy an im Internet. Danke. Ähm. So. Ich kann, ich kann meine Mühle grad nicht weiter bauen, weil ich keine Wolle habe. Das ist schlecht. Oben müsste noch mal hier drin sein. Ja, ich hab die ganze Wolle schon rausgenommen. Ich hab jetzt noch zwei Wörter neu gefunden. Was mach ich denn da jetzt in der Zeit? Ich kann ja das Feld weiter vorbereiten, da... Ähm. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Von... so auf'n Sack. Verpiss dich. Ha! Ich hab ihn getötet. Uh! Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Uh! Ja! Er ist tot. Gut. So. Ähm. Ich kümmere mich gleich darum, das Feld mal ein bisschen umzusiedeln. Und das Feld dann vor der Farm schon mal anzufangen, damit die Farmer langsam Fortschritte macht hier. Quatsch. Ich bin doch gleich wieder da. Ich hab's auch doch schon erreicht. Ja, das ist gut. Ich kann ja trotzdem schon mal den Weizen abbauen. Uh! Oh! Geil! Brote! Wir werden... Wir werden nicht verhungern! Aka... Feuervolle Schock! Uh! Wieder... Vielesart! Äh... So... Ähm... ich brauche meine hacke ich habe meine hacke wird weggelegt glaube ich vom eingang aus rechts und dann muss ich hier noch ein wasser weg legen auf jeden fall hier auf eingang als fange ich hier an ich komme wieder zurück das ist ja schön dass du wieder kommst meine spitzhacke meine hacke ist gleich tot jetzt kann ich hier über anflanschen saugstürer okay wie viel das haben wir jetzt schon mein feld bestücken ich bestücke mein feld das direkt vor form von mühler auf damit nein ich höre niemals auf ich brauche wasser einmal ich glaube ich habe zwei oben in der kiste war gerade schon wieder übelst da leck gewesen also ich habe ich habe das fleisch gegessen es hat aufgehört gehört und plötzlich hat es noch ein stück fleisch gegessen hallo meine lieben freunde hier gast player a.k.a. dein persönlicher thomas müller moment falls der heißt und bei fifa mit um was müller ein tor schießt ich war es du hast gerade ein bisschen geleckt aber egal ich nicht so schlimm bronzer wenn ich gar aus dem cst bronzer ich will sie was du damit heute hast aber alles klar sie war das ist von ja jetzt egal dass ich von hier ist von hier ist das landes ist so ein scheiß so ich habe san ronaldo in form von jürgason gezogen und habe den gleich verkauft ich habe die schenze vollkann ich ein dreck spiel ich kann aber was nur sagen ich weiß es nicht 1 2 3 4 5 6 7 was denn denn was eigentlich im inventar ich bin jetzt spiele ich bin ich spiele gta war klar dass ich das machen dass ich das habe so ich lefere nicht meine abonnenten ein sag ich hier ich hoffe mal du kannst den wasser einmal von mir haben aber ich hoffe mal für dich dass du nichts über mich erwähnt hast wo bist du noch hinter dir mit denen kann ich arbeiten das reicht mir erst mal die achte hier zack 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 ich habe noch ein paar im inventar aber ich will das hätte ja eigentlich hier weiterbauen oder willst du das machen ich muss auch dahinten die form voran bringen was willst du dahinten bauen dann warum ist das eingezäunt ich frage nicht ich mache einfach hinnehmen ich kann eigentlich mal mich auf der suche nach bierke machen und weiter birkenholz abbauen denn ich muss den boden weiter verlegen weil ich nämlich boden lächer bin ich bin quoten lächer quoten lächer boden das wort oh mein gott da das wort mit n gesagt oh mein gott das bei youtube sagen weiß ich nicht jetzt hinterfragt doch nicht was sie jetzt sagen dürfen was nicht jemand ist in freies ländigkeit sagen was ich will youtube ist irgendwie land ich bin nicht für das verantwortlich was du denkst nur für das verantwortlich was ich sage das verstehe ich nicht ich auch nicht so geht das jetzt gerade nicht ich check es nicht ich check es auch nicht check es nicht ich glaube ich spiele so weiter wir kennen setzen setzen dann kann ich nämlich gleich den boden ausfüllen dann kommt noch mehr bergung setzlinge bitte ich bin das nur so schade auch nicht an dieser scheiß zeit machen kann er immer diese sechs minuten spielen das ist so zum kotzen ich frage mich warum bei den birken nur insetzling amortort ja nach dem kirschfest packen wir dann langsam mal an ja aber du hast meinen spitznamen youtube und das geht nicht nein das muss ich rausschneiden ich werde hardcore aktiv verbaut des jahrzehnt so oft schon gewagt definitiv nicht älter diesmal auf jeden fall also diesmal auf jeden fall ich hab zu wenig holz abgebaut scheiße ich bleibe ich bleibe gespannt danke kannst du gestanden 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 bleiben gestanden bleiben ich bleibe gestanden soll ich mich erst mal deinen zuschauern vorstellen hallo ich bin der beste torschutz im ganzen burgenland kreis und scheiße glaubst du das glaubst du das jetzt selber eigentlich naja also wenn ich jetzt so wenn ich es jetzt so sagen kann ich kann wenigstens so pass über 10 meter spielen herzlichen glückwunsch verdammte torfabrik verdammte maschine killer killer verdammte mal kurz ich muss jetzt mal die folge kurz beenden weil irgendwie habe ich das gefühl dass da gerade was schießt läuft nicht